Wir kommen zum nächsten Kampf im Combat Sambo in der Klasse bis 91 kg angesetzt auf 2 Runden a 5 Minuten. Ich rufe als erstes in die blaue Hälfte vom Clubfighter Team Elban aus Polen, Julian Winkowski! Aus Polen, Julian Winkowski! Ich rufe seinen Gegner für die Rote Ecke. Er kommt vom Combat Sambo Team Dortmund. Dortmund, Bashir Seydoulayel! Musik Ausgottung Bashir Seydoulayel! Applaus 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 Vielen Dank. So schön kann es gehen. Siegert euch kommen in der ersten Runde in die rote Ecke. Siegert euch kommen in der ersten Runde in der ersten Runde in der ersten Runde.